Hallo, mein Name ist Kai Krause, komme aus Gefützberg und arbeite als Maler und Lackierer. Ich bin Reduan, 20 Jahre alt, mache Ausbildung als Maler und Lackierer. Ja, wir waren am Bundeswehrstand noch, der war ganz interessant hier vorne. Ja, und dann haben wir noch Gitarre gespielt. Also ich, er schlagt sich, vielleicht den Kindergarten oder so, das wird nur noch Spaß machen, das wird cool. Warum? Ja, einmal die kleinen Kinder da, einfach mal so mitspielen, ein bisschen mit den Zeichen, das wird schon Spaß machen, denke ich mal. Okay, Altenpfleger ist wirklich ein interessanter Job, so wenn die halt Menschen so pflegen, dann halt auch was Interessantes, so was ganz Neues, als Beispiel mit Krankenarbeiten, mit Älteren arbeiten dann. Also Jüngere helfen dann quasi der Älteren, das ist auch cool. Finde ich auch ein ganz cooler Beruf. Ich denke, war wirklich ein interessanter Job. Ich höre euch! Ich höre euch!